Musik Von 14 bis 25. März finden in Graz, Schladming und Ramsau die Special Olympics Winter Games statt. Im Vorfeld der Spiele soll den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben werden, Österreich kennenzulernen und touren somit durch das ganze Land. Wir waren beim Empfang in Baden und in der Neustadt dabei. Doch was sind die Special Olympics genau? Special Olympics ist ein internationales Sportprogramm für intellektuell beeinträchtigte Kinder und Erwachsene. Und es soll ihnen das ganze Jahr über die Möglichkeit geboten werden, Sport zu betreiben. Weil es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, der regelmäßig Sport betreiben, auch wesentlich leichter in ihren Beruf integriert werden können. Und die Menschen haben durch den Sport Erfolgserlebnisse, können Freundschaften schließen und soziale Kontakte herstellen. Also dieses Olympische Feuer wurde am 2. März an historischer Stelle in Athen entzünden, wurde dann in einer sogenannten Grubenlampe, in einem Minerslamp, mit dem Flugzeug nach Zürich gebracht. Dort haben wir das Feuer abgeholt und seit vergangenen Donnerstag findet der österreichweite Faktenlauf statt, der durch alle österreichischen Bundesländer führt und insgesamt auch 49 Städte. Ich heiße Amanda Benham. Ich bin seit 18 Jahren Special Olympics Athletin in Colorado. Special Olympics hat mir die Chance gegeben, viele Sportarten auszuprobieren und die Sportarten zu finden, in denen ich wirklich gut bin. Bevor ich zu den Special Olympics kam, dachte ich nie darüber nach, ob ich mich genug bewegte oder ob ich genug aß. Dank Special Olympics habe ich 23 Halbmarathons, 3 Marathons und 3 Triathlons geschafft. Um was geht es bei den Special Olympics? Faktenläufe für die Special Olympics Bewegung, die führt seit 35 Jahren immer die Polizei durch. Die Polizei sammelt normalerweise immer Geld bei diesen Faktenläufen, aber nicht bei den Weltspiegeln. Bei den Weltspiegeln geht es bei den Faktenläufen in die Bewusstseinsbildung gegenüber behinderten Menschen. Und diese Menschen sollen ein Teil der Gesellschaft werden und sie haben auch unseren Anerkennung, unseren Respekt verdient. Der Rotoriklub von Wiener Neustadt und Bad Fischerbrunn und aber auch unsere Polizei heißen sie ganz herzlich willkommen. Wir begrüßen jetzt schon in unserer Mitte die kanadische Mannschaft der Special Olympics. A heartly welcome to the team of the Special Olympics of Canada. Please raise your hands, make some noise. Welcome to Wiener Neustadt. Wir wünschen den Teilnehmern viel Erfolg bei den Spielen.